Leute, neue Folge Neuseeland Part 1, let's go! Oh, enge rechts hier, so leicht, leicht angesteuert mit der Handbremse, hat ganz gut geklappt. Nochmal eins rechts, alles klar, das wird dann hier sein, uja, so, hier auch nochmal die Handbremse, uja, gezückt. Und bestes Regenwetter, very British my referender. Auch hier fast in den Graben da reingerutscht oder rausgerutscht. Ja, man merkt, es regnet und es ist recht schlammig hier auf dem Feldweg. 6 rechts, in 5 links, mach zu, in 3 rechts, mach zu, 30, 5 links, lang, mach zu, 2, 30, Abzweig, 3 rechts, mach zu, 50, 4 links, extra lang, mach zu, 150, Ich bin mal gespannt, wann wir mal einen neuen Wagen kriegen, muss man sich wahrscheinlich irgendwann mal kaufen, aber wir spielen erstmal hier die Karriere so weiter und wenn wir dann so weit hier in den Rallys mit unserem Ergebnis zufrieden sind, können wir ja mal über Upgrades nachdenken, nicht wahr? So, Handbremse gezückt und Gas und schön das Heck durch die Kurve gedrückt, das hat auch ausnahmsweise mal recht gut geklappt. Ich weiß nicht, ich weiß, also was die mit Don't Cut meinen, ich mein, klar, das ist so viel Englisch, kann ich auch noch, aber... Oh, verdammt rechts halt, na, hier. Aber wie meinen die das? Meinen die, dass ich dann quasi die Kurve abkürze oder meinen die mit Don't Cut keine Handbremse benutzen? Wahrscheinlich einfach, dass ich die nicht, dass ich die nicht überfahre, die Kurve soll das heißen. Boah, das war auch eng. Langsam, 5 links, mach zu, in 3 rechts lang. In Don't Cut, 4 links, in 4 rechts lang, mach zu, 30. Ja, der Manta jetzt auch schon schön voll mit Schlamm bedeckt, sehr dreckig, was soll man machen? Hier wahrscheinlich. 1 rechts lang, 50. 3 rechts lang, in 5 links lang, mach zu. 1 rechts lang, mach zu, 2. In 2 rechts lang, macht auf, 6 lang, in 4 links. In langsam 4 rechts und 1 links lang, mach zu, 50. Kuppe voll, 50, links halten, über Kuppe, 30, 1 rechts. Verdeckt, lang. In 5 links, über Kuppe, in 3 rechts lang, 80. So, sobald im Ziel, aber weit abgeschlagen, nicht die beste Zeit, die wir hier rausfahren. Kuppe und 6 rechts, 50. 5 links lang, in 5 links lang, in 5 links, in 5 links, in 1 rechts, verdeckt, macht zu. Oh, da ist irgendwo ein Unfall passiert, ja, hier links, naja, kann man nichts machen. Ah, da lassen wir das Heck aber schön kommen, gerade. Oh, jawohl, und am Ende nochmal schön dagegen gefahren. Ja, da freuen sich die, die rechten Scheinwerfer. Ah, sie sind noch dran. Mal schauen, dritte, 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 beste Zeit ist okay. Ja, man sieht ja rechts vorne, das Licht hier ist leicht krumm, aber hey, kann ich mit leben. Ja, und schaut mal, so schlecht sind wir nicht. Wenn man mal sieht, hier, 30 ist der letzte, wir sind noch Top 10, ich bin zufrieden, alles klar. Das war Neuseeland 1, ich bin raus, danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, bis zur nächsten Folge, boom. Boom.